Jawohl, heute ist wieder soweit unsere Führung, die wir schon abgetan haben. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen und es freut mich riesig, dass eigentlich unsere ganzen Gäste da sind, wo wir momentan haben. Das Haus ist voll, Gott sei Dank. Es freut uns auch riesig. Ich möchte auch Danke sagen, dass ihr überhaupt zu unserem Urlaub gekommen seid. Das brauchen wir auch dringend. Das ist einfach super und es freut mich riesig, dass wir alle da sind, zu unserer heutigen Führung. Was wiegen die Kühe? Die zwei da? Also wie wir sehen, jetzt sind unsere Kühe gut genährt. Es ist auch wichtig, dass es gut geht. Und die Pfanne wird so 800 Kilo wiegen, die braune und die Pfanne setze ich mal so 750 Kilo. Da oben haben wir noch die Frieda, die wird 900 Kilo, die ist auch schwerer. Und die Falke, die dahinter liegt, die hat bestimmt eine Tonne. Also schon eher Gewichte von einem Bullen normal in der Nutztierhaltung. Da sage ich danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebraucht und hat euch gefallen, dass ihr ein bisschen was über die Rinder gelernt habt. Vielleicht vielleicht und sie auch auch lange und können näher gekommen sind, wo viele halt gerne machen. Und darum mache ich auch so eine Führung, dass sie was erfahren und dass ihr die Rinder dann mal streicheln können. Okay, dann sage ich danke für alles. Vielen Dank, danke. Vielen Dank.